Hautpilz. Hautpilz, medizinisch Mykose genannt, die Mykose der Haut, ist eine Erkrankung der Haut durch übermäßige Besiedlungen von Pilz. Bei Menschen tritt der Hautpilz oft am Fuß auf. Der Fuß enthält oft Feuchtigkeit und zum Beispiel hat der Mensch Schuhe und über die Schuhe sammelt sich der Schweiß an und da kann sich dann der Pilz gut entwickeln. Hautpilz ist zunächst in geringerem Maße kein Problem, denn die Haut braucht die Besiedlung von Bakterien, von Pilzen, von allen möglichen Mikroorganismen. Der Mensch ist letztlich ein Symbiont, könnte man sagen. Auf dem menschlichen Körper und im menschlichen Körper sind ca. 100 mal mehr Zellen mit nichtmenschlicher DNA, als der Mensch überhaupt Zellen hat. Das heißt, der Mensch kann ohne die ganzen Mikroben gar nicht leben. Nur dann, wenn diese Symbiose der Mikroben mit dem Menschen nicht richtig funktioniert, dann gibt es Erkrankungen. Zum Beispiel die Pilze, die tatsächlich zum Hautpilz führen, sind Pilze, die normalerweise ständig auf der Haut sind. Hautpilz ist also im Grunde genommen das übermäßige Wachstum von bestimmten Pilzen, die normalerweise sowieso auf der Haut sind. Es ist also nicht so, dass man irgendwie in Kontakt kommt mit außergewöhnlichen Pilzen, die dann wachsen, sondern die vorhandenen Pilze werden mehr. Früher hatte man gedacht, man müsste nach einem Schwimmbadbesuch die Haut desinfizieren. Manche der Älteren wissen, dass dort immer solche Pilzsprühgeräte waren. Aber heute weiß man, die waren gar nicht hilfreich, denn die haben dann den natürlichen Schutzfilm der Haut geschädigt. Es gibt verschiedene Formen von Hautpilzen. Es gibt natürlich nicht nur den Fußpilz, es gibt auch den Nagelpilz, es gibt den Kopfpilz und es gibt auch noch den Scheidenpilz, die sogenannte Vaginalmykose. All diese gehören irgendwo zum Hautpilz. Bei den Pilzerkrankungen sind die sogenannten systemischen Mykosen am gefürchtetsten, wo die Erreger auch in den Blutkreislauf gelangen und in die Organe hineinkommen. Das geschieht aber nur sehr selten. Wie kann man Hautpilz bekämpfen? Man kann Hautpilz bekämpfen zum einen durch eine grundlegende Hygiene, indem man ein regelmäßiger Duscht und Wächt, aber nicht zu häufig und nicht zu heiß. Man muss sich auch nicht jeden Tag duschen, gerade dann, wenn man nicht schwitzt, ist es klüger, sich nicht jeden Tag vollständig zu duschen. Nach dem Duschen sollte man sich aber gerade im Winter oder wenn es nicht warm ist oder wenn man sich gleich anschließend Strümpfe anzieht zum Beispiel, sollte man gründlich die Haut abtrocknen. Und zum anderen gilt es, das Immunsystem gesund zu halten durch eine gesunde Ernährung, durch Yoga und Meditation. Wenn man aber echten Hautpilz hat, dann sollte man es zum Arzt oder Heilpraktiker geben und dann mit ihm die Therapie letztlich besprechen.